Ein Cola-Orangen-Limo-Mix-Getränk bitte. Wir haben nur Spezi. Sicher, der Begriff Spezi ist seit den 50er Jahren geschützt und zwar vom Augsburger Brauhaus Riegele. Aber Moment, Paulana verkauft doch auch Spezi. Deswegen gibt es jetzt einen Rechtsstreit vor dem Münchner Landgericht. Die Münchner Brauerei hält an einer Vereinbarung aus dem Jahr 1974 fest. In der haben die beiden Brauereien vereinbart, dass Paulana den Namen Spezi benutzen darf. Laut den Augsburgern ist die Absprache rechtlich, aber nicht mehr gültig. Bei dem Rechtsstreit geht es um 10 Millionen Euro und die Frage, ob wir in Zukunft nur noch ein Spezi im Regal finden.